Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Wirklich reizend. Sag ich doch. Jetzt nimmt wieder dein Hut. Exit. Vor 8, so was ist das? Diameter. Ich muss mich durch. Nicht wahr? Ja, Sternenhimmel. Geht so zu schön. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Sei bloß still. Drehen. Hey, Joel. Kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Äh, hallo? Alles klar bei dir? Nein. Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehen. Das ist echt cool. War's das schon? Lade bei einer gestehen? Ne. Ne. Wow. Hey, Joe. Rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben es überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind Sie zu Superfliegen notiert? Was? Nein. Wow. Erzähl noch was Interessantes. Hm. Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Das ist interessant. Aber warte. Wie haben Sie... Oh, Sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze später dran gerochen. Nein, jetzt ist die ganz große. Okay, was jetzt? Sag du es mir. Ähm, frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Menschenweltraum? Ah, leicht. Yuri Gagarin. Gagarin? Ist das... Gagarin, oder? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Jedenfalls... Flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Ich bin beeindruckt. Wie viele Bücher hast du darüber gelesen? Komm schon, Joel. Ist das nicht unfassbar? Erklär mir, was dir daran so gefällt. Hm. Weiß nicht. Ich meine, sie mussten nicht in den Weltraum flogen, aber trotzdem. Das ist... Tollkühn. Schatz. Tollkühn. Okay, Kleine. Hab's kapiert. Guck mal, was er noch so beschwegen können. Der Mond. Weißt du, wie oft sie auf den Mond fahren? Äh... Zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären sieben. Was? Mit mir wären sieben. Wie oft das war, was? Sechsmal waren die schon auf dem Mond. Ach. Was hast du jetzt gemacht? Ja, je nach Tages liege ich zum Mond. Dann hast du bei der Kuppe ab und komm, will ich schon was zu tun. Lass mich auch gerade noch eine Karte einläsern? Ne, ne. Was ist hier? Wir können auch nicht. Es gibt hier noch viel zu sehen. Oh, shit. Okay. Ah, dann ist das mal der Ausgang. Ah, die ganzen Satelliten. Hm. Ja. Einfach immer übertreiben. Ja, wo war's? Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Äh, war ja eine doofe Frage. Ist das der echte? Na, das sieht nur so aus. Erst die kleinen und dann die großen Sachen, ne? Die verschiedenen Anzüge wahrscheinlich, wie sie da... Hm. Zeig's mal. Hattest du jetzt den Hut einfach? So cool. Das wissen, warum sie den einfach wegschmissert. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Einmal wechseln. Sieht aus wie von Star Wars. Das ist ein Bull. Ich bin jetzt ein Astronaut. Einmal das Unleben. Nach mir. Weil sie passt doch locker rein. Joy hätte wahrscheinlich Probleme. Von allen Dingen mit seinem Rücken. Vorsicht. Alles zum Teufel. Er kommt aber besser, oder? Mhm. Wow. 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 Das sind deine Männerknöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleiner. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Kannst du noch ein bisschen weiter machen? Schau. Schau dir schon noch mal nicht. Der liegt vor, der auch schlaft. Schau. Zimmer. Schau. 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 Ja, ja, ja. We have liftoff, 32,5 in the hour. Liftoff's on a mile 11. That is okay. Willst du mich verarschend? Gern geschehen. Ja, jetzt haben wir verarschend. Nicht wahr? Ach, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. 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 Das ist eine schöne Erinnerung. Ja. Willkommen auf der Erde. Und da hängt es an dem Rucksack. Ja. 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 Ich würde sagen... Geranimo! Toll. Toll. Ich würde sagen... 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 Ich würde... Ich würde sagen... Willst du nicht noch deinen Rest mitnehmen? Oh, ich übe erstmal. Das heißt doch, ob wir daumen was ist. Zwei Stunden später, du hast alles durch, wach. Schatz. Schatz. Ich muss mir gerade eine romantische Musik beizubringen. Schatz. Hä? Ich will dir da noch was sagen. Hey, bitte nicht. Entschuldigung. Ist dir besser nach. Hey, aber ich konnte ein bisschen was machen. Ich kann doch gar nicht mal so schlecht, oder? Mit ein bisschen üben gehts besser. Ja, klar. Ich... Theoretisch könnte ich jetzt hier einen Speicherpunkt setzen. Viel üben. Und dann mache ich ein Video daraus. Wie ich ein ganzes Lied imponiert habe. Nimmst du es auch und dann hast du schon dein Lied. Für deine Songs. Wär aber geil. Du willst es jetzt nicht echt durchziehen. Gut. Du hast ja was zum tun, wenn du frei hast. Ich muss sowieso hier erst die Aufnahme beenden. Wir sind jetzt streamen. Ja, ich weiß. Wie dicker fette Sau. Wenn jemand entgegenkam. Ups, weiter Knopf.